Musik Zeichnen beruht eigentlich auf einer ganz einfachen Formel. Wenn ich etwas sehe und es mich beeindruckt, dann kann ich es unmittelbar auf dem Papier zum Ausdruck bringen. Und entsprechend diesen Variationen innerhalb einer Linie entsteht eine lebendige Linie. Eine von meinem Eindruck und von meinem Blick initiierte Linie. Und dadurch wird die Zeichnung lebendig und ausdrucksstark. Musik Das Zeichnen lernen an sich wird gerne so in der Allgemeinheit gerne ganz hoch gehängt. Das ist was Besonderes. Das muss man können. Das muss man jahrelang lernen. Dieses Konzept, das will ich etwas runterholen. Ich kann in dem Moment, wo ich einen Stift in die Hand nehme, dann muss ich mir keine Mühe geben, um zu zeichnen. Sondern ich kann in dem Moment zeichnen. Und das kann jeder. Ich führe die Teilnehmer in meinen Workshops heran durch Übungen, dass sie merken, dass sie ganz schnell merken, ups, das stimmt ja gar nicht. Ich kann das ja. Das geht ganz schnell. Musik 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 Musik